30 Jahre Krieg. 30 Jahre Plünderei, Zerstörung und Blutvergießen. 30 Jahre Sehnen nach Frieden. Der 30-jährige Krieg verwandelt Europa in ein Trümmerfeld, sodass eine ganze Generation ihre komplette Lebenszeit niemals in Genuss von Frieden kommt. Am Ende sterben 6 Millionen Menschen allein im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation, was einem unfassbaren Drittel der Gesamtbevölkerung entspricht und ganz Europa steht vor dem Neuaufbau. Ein dunkles Kapitel europäischer Geschichte, von denen allerdings nur die wenigsten von uns die Ursachen kennen. Deswegen beantworten wir euch heute die Frage, wie es soweit kommen konnte, welche Parteien am Krieg beteiligt waren und wie der Krieg verlief. Viel Spaß! Die Ursprünge des Krieges liegen schon im frühen 16. Jahrhundert. Ein gewisser Martin Luther schreibt am 31. Oktober 1517 einen Brief mit 95 Thesen gegen den Ablasshandel und die Missstände innerhalb der katholischen Kirche. Er erregt Aufmerksamkeit und erhält immer mehr Anhänger. Er zwingt die Kirche dazu, gegen ihn vorzugehen, da sie ihre starke Machtposition behalten möchte. Als Luther auch Jahre später nicht mit seiner Kritik zurückrudert, wird im Wormser Edikt 1521 die Reichsacht über ihn durch den Kaiser verhangen. Luther wurde dabei als vogelfrei erklärt, sodass er seine Schutzrechte verlor. Am 4. Mai 1521 wurde Luther auf dem Rückweg von Sachsen von Soldaten von Friedrich dem Weißen in einen Scheinüberfall entführt und zur Wartburg in Eisenach gebracht. Dadurch war er von seiner Rechtlosigkeit geschützt und konnte unter dem Decknamen Junker Jörg die Bibel ins Deutsche übersetzen. Unterdessen erhält die lutherische Bewegung des Potentatismus immer mehr Unterstützer und die protestantische Glaubensrichtung spaltet sich von der katholischen Kirche ab. 1529 fordert der Teil der Reichsstände und Fürsten, die den protestantischen Glauben übernommen hat, die Ächtung Luthers aufzuheben und die Ausbreitung dieses neuen, auch evangelisch gelandten Glaubens ungehindert zuzulassen. Die Katholiken reagieren darauf erstmal gar nicht und starten ab 1545 eine Gegenreformation. Diese hatte das Ziel, den Protestantismus zurückzudrängen, indem sie die Katholiken zu erneuern versuchten und sich Repressalien und Gewalt bedienten. Beide Seiten greifen zu harten Mitteln, um ihre Glauben durchzusetzen. Allerdings schafft man es 1555 durch den Augsburger Reichs- und Religionsfrieden, den bevorstehenden Krieg abzuwenden. Im Heiligen Römischen Reich gilt ab diesem Zeitpunkt, dass die Fürsten der vielen zum Reich gehörenden Staaten die freie Religionsausübung zugestanden wird und dies nicht mehr der Kaiser entscheidet. Festgeschrieben wurde dies unter dem lateinischen Spruch «cuius regio, eius religio», was sinngemäß als Herrschaft bestimmt das Bekenntnis tituliert wurde. Der Augsburger Religionsfrieden sicherte auf Jahrzehnte scheinbar das innere Gleichgewicht im Reich. Allerdings setzte in den folgenden Jahrzehnten eine Konfessionalisierung ein, was bedeutet, dass die regierenden Fürsten ihre jeweiligen Glaubensrichtungen in ihrem Herrschaftsbereich festigten und sich Katholiken und Protestanten immer stärker voneinander abgrenzten. Die Reichsinstitutionen, also Parlament und Gerichte, die schon zur damaligen Zeit existierten, blockierten sich nun gegenseitig und führten zu Spannungsproblemen innerhalb des Reiches. Ursache für die Blockade war das kompromisslose und konfliktbereite Handeln der Fürsten, die ihre Richtung gegen den Widerstand durchsetzen wollten. Besonders die Protestanten fühlten sich durch den katholischen Kaiser und die Blockade der katholischen Fürsten benachteiligt und gründeten unter Führung der Kurpfalz am 14. Mai 1608 eine protestantische Union, der bald 29 Reichsstände beitreteten. Zu den Gründungsmitgliedern zählten neben der einflussreichen Pfalz auch Württemberg, Ansbach und Baden. Ein Jahr später traten zudem nach ausgedehnten Verhandlungen die Reichsstädte Nürnberg, Straßburg und Ulm bei. Zudem schaffte man es, Bündnisse mit dem protestantischen England und den Niederlanden zu knüpfen. Später schließt man sogar ein Schutzbündnis und eine Militärkoalition mit dem katholischen Frankreich, das dem katholischen Kaiser eins auswischen möchte. Dies zeigt, dass die Religion oftmals nur ein vorgeschobener Grund ist und handfeste Machtkalkulationen das Handeln der Fürsten bestimmen. Als Antwort auf die protestantische Union gründet Maximilian I. von Bayern am 10. Juli 1609 die katholische Liga, die die katholische Macht im Reich sichern sollte. Neben dem großen und starken Bayern waren Passau, Würzburg, Regensburg und Kempten und auch später die Kurfürstentümer von Köln, Trier und Worms an Bund beteiligt. Zudem standen der katholische Papst und der Kaiser des Heiligen Römischen Reiches deutscher Nation auf der Seite der Liga. Diese früher so ungefährdete katholische Macht war inzwischen gefährdet, da der bisher katholische Kaiser durch ein Entscheidungsgremium aus sieben Kurfürsten gewählt wurde. Zwar waren die Erzbischöfe von Köln, Trier und Mainz katholisch, allerdings standen Brandenburg, Sachsen und Rheinpfalz mittlerweile auf protestantischer Seite. Der ausschlaggebende siebte Vertreter stammt aus Böhmen, das wiederum durch die Reformation in zwei religiöse Lager geschwalten wurde. Da Böhmen das größte und wichtigste Land im Heiligen Römischen Reich deutscher Nation war, ist der Kaiser gleichzeitig Oberhaupt von Böhmen, der seit Generationen der einflussreichen Familie der Habsburger angehört. Allerdings waren die Katholiken in Böhmen in der Minderheit und auch die Fürsten waren überwiegend protestantisch. Durch einen Majestätsbrief, der 1609 vom Kaiser Rudolf II. ausgestellt wurde, ist die angespannte Lage im Reich zunächst beruhigt worden, da den böhmischen Ständen Religionsfreiheit zugesichert wurde. Diese schlaue Kompromisslösung wurde durch den ab 1617 amtierenden Reichskanzler und Oberhaupt von Böhmen Ferdinand II. beendet und harte Rekatholisierungsmaßnahmen wurden beschlossen. Dabei sollte in die Städteverwaltung Böhmens eingegriffen werden und der böhmische Landtag erhielt ein Versammlungsverbot. Dies war der entscheidende Funke, der das Fass zum Überlaufen bringt, nachdem beide Seiten verstärkt zur Gewalt greifen, um ihre Religion durchzusetzen. Die Macht der Fürsten war so stark bedroht, dass die Adligen am 23. Mai 1618 mit Degen und Pistolen bewaffnet in die böhmische Kanzlei in der Prager Burg stürmten. Nach hitziger Diskussion mit drei kaiserlichen Stellvertretern werfen die Adligen eben diese aus dem Fenster in 17 Meter Höhe. Diese Tat sollte spontan wirken, war aber von langer Hand geplant, um den Kaiser persönlich anzugreifen und eine Strafreaktion zu provozieren. Das als Prager Fenstersturz bezeichnete Ereignis brachte die gegenseitige Missachtung und Wut beider Seiten zum Überlaufen und verursachte eine der schlimmsten und verlustreichsten Kriege der Menschheitsgeschichte. Noch Jahrhunderte später ist dieses bedeutende Ereignis unvergessen und seine Folgen sind verheerend. Im nächsten Video werden wir den Verlauf des Krieges und seine Folgen klären. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst gerne ein Like und ein Abo da und schaut unsere anderen Erklärvideos an.